Juhu! Wir sind online! Irgendwo grunzt hier wieder ne Sau. Hier hinten. Hemmerfreien. Wenn du hier einen Schlitz gelenden willst, ist da ein Problem. Ist grad dunkel, ne? Da ist schon der erste Zombie. Ich geh nach innen. Hier muss noch mal einen schönen Zaun davor gemacht werden. Ach, ich wollte ja noch... Hast du dir so gedacht, he? Ich wollte ja noch Fenster hier. Fenster! Guck mal, da ist mein Glas. Ach, ich hab noch so viel Kram. Ich müsste mal ein paar Truhen gleich noch machen. Ach so, eine Spitzherby müsste ich auch machen. Ah ja, jetzt probier ich erstmal hier mal was weg. Da geht's ja wieder los. Das ist meine Tür in Ruhe. Oder ich hau dir einer an die Glocke. Ich hab noch mal ein paar Pfeil mit dem Schraub. Ah, was wollte ich machen? Spitzherby. Das war's. So. Mh. 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 Ach na, das ist nicht so geil. Hä? Rennst du mit dir? Aber komm, so. Ruhe. Ist ja früher. Also. Achso, falsch. Jetzt ziehen wir Glas ein. Schön. Hier haben wir auch noch ein bisschen Glas hin. Hm. Na, das ist keine große Aussicht, aber immerhin. Und hier können wir auch noch Glas rein machen. Hoi. Ganz, 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 ganz und. Das. Ne, gut. Hier haben wir auch noch Glas hin. Ich habe ja gerne einen Rundumblick. Oh, eine Spinne. Fertig. Ja, ja, eine Spinne. Komm mal her, ich spinne. Komm, komm, komm. So, kaputt gemacht. Ich stehe an, ich muss hier noch einen Stock oben drauf setzen. Um auch einen besseren Überblick zu haben. Ja, ja, ja. Aber ich wollte erst noch ein paar Truhen machen. Und ich schalte den Bodenbäude auch noch. Habe ich noch mehr Holz? Ach nee, das reicht doch. Jetzt reicht's. Ich glaube, ich sammle auf. Dann haben wir hier die Truhen hin. Ja. So. 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 Ja, ich muss hier ein paar Geräte machen. Bevor der Demond festkommt. Juhu! Ja, dann können wir hier auch noch ein Geräte machen. Sehr gut. Dann nehmen wir das schon mal mit. Also hier machen wir die Sonnein, die wir brauchen. Die Stellen nehmen. Dazu gehört das Holz. Holz. Ja. 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 Schuss. Jetzt machen wir hier. Können wir den Stein reinmachen. Gehen wir mal hier rein. Dann nehmen wir mal Schade rein. Alles was ich so brauche. Nahrung rein, ok das können wir ja mal beraten. Das kommt raus, das, 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 das. Und das Eisen kommt hier rein. Und hier oben ist schon der Kreuz. Alles was mir im Moment nicht so oft brauche. Was ist denn noch weg? Hier ist Kies. Da kann man ja mal Wolle auch mit rein, oder? Ich brauche mal hier rein. Hier unten unten, da können wir Zeug rein. Ich brauche mal hier rein. Ich brauche mal hier rein. Ich brauche mal hier rein. Stein. Und hier ist ja frei. Jetzt haben wir noch zwei. Was ich so anschlagen habe. Was ich so anschlagen habe. Aus irgendeiner Grundheilchen eben ein Zombie gehört. Aus irgendeiner Grund, dass hier so ein blödes Schwein hier reinfällt. Ich brauche mal hier. Ich brauche mal hier. Ich brauche mal hier. Das hätte ich gerne. Kade. Das ist noch nicht so. Ja. Ja, das ist jetzt hier noch mal noch. Ja, das ist ja auch noch mal. Das ist ja auch noch eine Dung, ja. Ja, das ist ja auch noch eine Dung. Das ist schon ein Junge Das kommt jetzt Dann noch einen anfangen Ja Das kommt schon wieder zu sparen einen hohen Hälscher auszulösen blühenlein weichen das hätte ich ja mal für den Schwein hier drin oder? gut jetzt geraden wir mal am Tunnel Richtung Jarni ja 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 ich weiß das ist ein bisschen Jarni also Jarni kommt jetzt noch nur mit dem Ruh und gar nicht die Richtung kommt schon noch und wir haben jetzt uns mal Richtung 50 den 4 mal gucken dann das wäre das komische alles was wir auf jeden Fall nicht finden werden hier unten weil dafür sind wir zu hoch das ist die 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 das ist das ist das ist das ist Oh, 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 oh.